Diese Plakette kennt so ziemlich jeder. Hallo liebe Freunde auf MyQTube. Hier ist wieder Helmut aus dem schönsten Dorf an der Ise im Landkreis gefahren. Diese ist eine TÜV-Plakette und so fast jedes motorisierte Fahrzeug wie Autos und Schlepper müssen solch eine Plakette vorzeigen und müssen sich dem TÜV stellen und der TÜV-Untersuchung stellen, um am Straßenverkehr teilnehmen zu dürfen. Und wir als Milchviehbetriebe haben auch eine sogenannte Zertifizierung, die wir über uns ergehen lassen müssen, sage ich mal. Und zwar nennt sich das QM-Milch, Qualitätsmanagement-Milch. Bei uns in Niedersachsen zum Beispiel fordert jede Molkerei von jedem Lieferanten, dass er diese Qualifizierung und Zertifizierung nachweist. Heute steht das bei uns an. Unsere Auditorin Ina aus dem Wendland reist heute an und wird uns hier untersuchen. Und wie das abläuft, das wollen wir euch heute mal zeigen. Hallo Ina, sei gegrüßt hier bei uns. Du hast ja schon eine lange Anreise heute hinter dir. Ich schätze mal 80 Kilometer. Ja, nicht ganz knapp. Nicht ganz, naja. Heute geht es also um QM-Milch. Sag mal, wessen Initiative ist das und welche Absicht steckt da eigentlich dahinter? Ja, also Milch-QM-Milch ist ein Kontrollsystem der niedersächsischen Molkereien. Wurde ins Leben gerufen 2003, also seit 2003 machen wir das. Ich bin seit der ersten Stunde dabei. wurde initiiert, um den Verbrauchern eben die größtmögliche Sicherheit und Qualität für das Lebensmittel Milch zu gewährleisten. Ich sehe, du hast ja schon wieder einen dicken Bogen hier mitgebracht. Wie viele Einzelfragen werden uns heute hier beschäftigen, sag mal? Und wie sehen so im Allgemeinen die Themenbereiche aus? Also, bei QM-Milch arbeiten wir mit einer sogenannten Checkliste. Sieht ungefähr so aus. Umfasst mehrere Seiten, umfasst 64 Kriterien und ist unterteilt in die Bereiche Kuhkomfort und Tiergesundheit, Milchgewinnung und Qualität, Fütterung und Futteranbau und einige Umweltaspekte werden auch berücksichtigt. Na gut, das hört sich schon ziemlich umfangreich an. 64 Bereiche. Kriterien. Also Kriterien, genau. 64 Einzelfragen. Ja. Genau, ich denke, dann machen wir uns mal auf den Weg. Wir stehen ja hier schon in einer Milchkammer und der erste Punkt, den du nanntest, ist die Milchgewinnung und Milchlagerung. Genau. Ja. Genau, wir gehen jetzt hier einmal, oder ich lasse meinen Blick einmal streifen durch die Milchkammer. Die Milchkammer ist so definiert, das ist der Raum, wo das Lebensmittelmilch gelagert wird. Ich gucke nach der Sauberkeit hier. Ich gucke, ob der Tank entsprechend Kühltemperatur. Dann erfasse ich auch Reinigungsmittel. Ob die entsprechend für die Milchgewinnung zugelassen sind. So, das findet hier in der Milchkammer statt. Haben wir hier jetzt schon abgehakt. Können wir jetzt weitergehen in den Milchstand. Genau, wir sind jetzt hier im Milchstand. Ich frage dich jetzt mal, heute Abend, alle Kühe haben sich in Position bestellt. Milchmaschine ist an, soll jetzt losgehen. Wie sind deine ersten Arbeitsschritte an der Kuh? Ja, also die Kühe stehen hier. Der erste Arbeitsschritt ist also, dass sie heute erstmal eingeschäumt werden. Mit einem zugelassenen Schäumungsmittel. Dann werden die Kühe alle angemolken in einen Vormelkbecher. Also hier wird eine Sichtkontrolle der Milch durchgeführt. Ja, nach Verordnung vorgeschrieben. Das Vormelken ist auch ein sogenanntes Karo-Kriterium. Und dann haben wir hier unsere Papiertücher. Dann wird jedes Euter mit einem Papiertuch sauber gemacht. Und dann wird das Merkzeug angesetzt. Dann wird die Milch entzogen. Okay, alles richtig. So, jetzt befinden wir uns hier auf dem Futtertisch im Kuhstall. Jetzt geht es also um das Thema Haltung und Gesundheit der Kühe. Genau, Tierwohl und Tiergesundheit. Ich nehme jetzt einmal die Kühe in Augenschein. Der Gesundheitszustand der Kühe, ob es irgendwelche Verletzungen gibt. Dann gucke ich nach, ob die Kühe alle nach viel Verkehrsverordnung entsprechend gekennzeichnet sind mit gelben Ohrmarken. Dann betrachte ich die Liegeplätze der Kühe, ob die sauber und trocken sind. Frage ich dich nach der Belegungsdichte. Wie viele Kühe sind hier heute im Stall? Wie viele Liegeboxen hast du? Auf dieser Seite hier sind also 50 Liegeboxen. Ja. Und 50 Kühe. Okay, also keine Überbelegung. Dann bekommst du einen Zusatzpunkt. Genau, alles gut. Licht ist da, Luft ist optimal. Wunderbar. Sehr ruhige Herde. Alle Kühe sind zufrieden, liegen ruhig, fressen, kauen wieder. Wunderbar. Für das Wohlbefinden der Kühe ist natürlich das Futter von besonderer Bedeutung auch. Und das ist ja auch ein Kriterium wert für dich. Ja, also es geht um die Futterqualität im Trog, nämlich auch in Augenschein, ob der Trog sauber ist, so wie man hier sieht, wird regelmäßig gesäubert. Es gibt keine Altenfutterreste, es liegt keinen Schimmel rum. Und dann kann man das auch nochmal in die Hand nehmen, mit der Geruch gut gemischt, so wie das sein soll. Nachdem wir nun ein paar der umfangreichen Kriterien hier vorgestellt haben, gehen wir jetzt also ins Büro und werden auch dort auszugsweise einmal zeigen, was wir alles an Unterlagen abheften müssen. Und was so alles zu dokumentieren ist und vorzuhalten ist. Also gucken wir da mal weiter. So, nachdem wir jetzt den Stall- und Hofrundgang beendet haben, widmen wir uns jetzt den verschiedenen Dokumenten und Unterlagen. So, da gucke ich jetzt als erstes mal das sogenannte Bestandsbuch an, was zum einen die Anwendungs- und Abgabebelege des Tierarztes beinhaltet. Also es ist eine lückenlose Aufzeichnung der Arzneimittelgaben erforderlich. Das ist auch ein sogenanntes K.O.-Kriterium, was in jedem Fall erfüllt sein muss, sonst ist das Audit nicht bestanden. Also einmal hier die Belege vom Tierarzt, wann er was abgegeben hat für welche Kuh. Und dann nochmal das sogenannte Bestandsbuch, Aufzeichnungen von Landwirtsseite, welche Kuh an welchem Datum, welches Medikament von welchem Anwender bekommen hat. Da haben wir ja unser Management-Programm, wo dann Birgitte immer alles genau eingibt und das wird dann hier nochmal einzeln aufgeführt. Und die stimmen also, sollen auch genau übereinstimmen. Genau, ist auch erfolgt. Dann kommen wir jetzt weiter zur Futtermittel-Dokumentation. Ihr müsst belegen, wann ihr welches Futtermittel in welcher Menge von wem zugekauft habt. Das könnt ihr anhand der Lieferscheine belegen, dann gucke ich mir das auch an. Eben, wer der Hersteller des Futtermittels ist, ob der entsprechend gelistet ist, welches Futtermittel in welcher Menge zu welchem Datum. Alle Lieferungen wurden hier abgeheftet von den verschiedensten Lieferanten. Genau, und das ist eben vorzulegen. Und auch die müssen ja alle zertifiziert sein, sowohl die Futtermittel wie auch die Lieferanten. Genau. Jo, gut. Dann ist noch, genau, den Ordner kannst du nochmal hier herlegen. Sogenannte Viehverkehrsverordnung, ein Bestandsregister, wo genau aufgeführt ist, wie sich der Tierbestand in eurem Betrieb verändert hat. Also wenn Kühe gekalbt haben, welche Tiere als Kalb dazugekommen sind oder ob ihr das zugekauft habt. Und wo eben auch in diesem Register eingetragen werden muss, wenn ein Tier den Bestand verlässt, dass das Datum und der Übernehmer aufgeführt wird. Und dazu gehört der sogenannte Rinderpass, das Rinderbegleitpapier. Jede Kuh verfügt über so ein blaues Papier, wo eben das Geburtsdatum und der Halter aufgeführt ist mit der entsprechenden Ohrmarke. Und wo dann hinten der Weg des Rindes aufgeführt wird, wenn das an jemand anders verkauft wird. Wie so ein Personalausweis. Genau. Identifikation. Ja. Gut. So und als letztes haben wir noch einen Ordner mit dem sogenannten Nährstoffvergleich. Nach Düngerverordnung vorgeschrieben, ein Vergleich, wie viele Tiere, wie viel Mist produzieren, wie viel Fläche ihr bewirtschaftet, wie viel Dünger ihr zukauft, wie viel Nährstoffe die Pflanzen brauchen und das gegeneinander in Bilanz gesetzt. Das ist ja eigentlich eine gesamtbetriebliche Sache, aber die obliegt auch dir und das gehört also auch zum QM-Milch. Also bei QM-Milch werden eben einfach auch die Bedingungen, unter denen die Milch produziert wird, erfasst. Und laut Düngerverordnung sind wir ja verpflichtet, diese Nährstoffvergleiche anzustellen. Und hier haben wir dann auch eine Bilanz über die letzten Jahre, wo wir eben auch dann dokumentieren, dass wir nicht zu viel Stickstoff und nicht zu viel Phosphor auf die Flächen ausbringen. Genau. Auch unter Berücksichtigung eben unserer Gülle-Menge, die hier anfällt. Genau. Ja, alles im Rahmen 2015 und der Jahresdurchschnitt ist entsprechend gegeben. Ja, Ina, schönen Dank. Du hast ja schon mal jetzt hier einen schönen Einblick gegeben, stichprobenartig natürlich, was hier alles bei uns überprüft wird. Was passiert denn eigentlich, wenn nun ein Betrieb diese Kriterien nicht erfüllt? Gut, also ich habe alle Kriterien erfasst und bewertet, trage das in diese Liste ein, dann wird ein sogenanntes vorläufiges Ergebnis erstellt. Du musst eine Mindestpunktzahl von 54 Punkten erreichen und alle K.O.-Kriterien müssen erfüllt sein, wird dieses vorläufige Ergebnis erstellt. Falls jetzt die Punktzahl nicht ausreichend wäre oder K.O.-Kriterien nicht erfüllt sind, hat man zwei beziehungsweise drei Monate Zeit, habt ihr Zeit, diese Mängel abzustellen und dann erfolgt ein sogenanntes Nachaudit. Dann kommt nochmal ein Auditor wieder und guckt nach, ob die nicht bislang heute nicht erfüllten Kriterien dann erfüllt sind. Du sagst jetzt, wir haben Zeit. Heißt das, dass ich durchgefallen bin? Nein, du hast die Mindestpunktzahl erreicht und alle K.O.-Kriterien sind erfüllt worden. Das ist jetzt das sogenannte vorläufige Ergebnis. Da wir unabhängige Prüfer sind und seit drei Jahren unter akkreditierten Bedingungen arbeiten, sind bestimmte Maßnahmenvorkehrungen getroffen, damit die Zertifizierung neutral und unabhängig verläuft. Und dazu gehört auch das sogenannte Vier-Augen-Prinzip. Ich erfasse das alles, bewerte, gebe das ein und dann wird es von einer zweiten Person mit zwei Augen alles nochmal nachgeschaut, ob es logisch schlüssig nachvollziehbar ist. Dann wird das erst zu einem endgültigen Ergebnis. Und dann kriege ich meine TÜV-Plakette. Dann bekommst du dieses endgültige Ergebnis, was einer TÜV-Plakette entspricht. Ja, ich denke, dann haben wir das soweit abgehandelt für heute. Genau. Und wir haben unseren Besuchern hier auf Qtube einen kleinen Einblick gegeben über QM-Milch. Ich sage schon mal schönen Dank, Ina. Ja. In drei Jahren kommst du wieder. Ich bedanke mich auch, wenn alles so bleibt, wenn ihr weiterhin Milch liefert, wenn das System so bleibt, kommt in drei Jahren ein Auditor, ein unabhängiger Auditor wieder zu euch. Okay, also Tschüss.